Einen wunderschönen guten Morgen. Meine Frau hat es richtig schön entschärft. Na Schatzi, liegst du den ganzen Tag im Bett? Ich glaube auch nur, weil sie Denver Clan gucken will. Das ist ihre neue Serie. Und es gibt Frühstück ans Bett. Ich bin richtig lieber, netter, wenn ich will. Schönen Tag, bis später. So, Fräuchen suchtet den Denver Clan. Ich habe gerade mal ein bisschen Mittag gemacht. Und das Kind ist auch aus der Schule. Hat Spaß gemacht. Und jetzt schon, gehe ich nach draußen. So, liebe Leute, jetzt kann ich die kurze Denver Clan Pause mal kurz nutzen, um mal wieder ein bisschen lustige Sachen zu erzählen. Und zwar, Herr Lucky mag übrigens sehr gerne Currywurst. Und der Herr Neo mag gern das Züricher Geschnetzelte. Was ich besonders cool daran finde, dass sich halt Petz Deli jedes Mal irgendwas Neues einfallen lässt. Also ich kann es mal hier auch noch. Es gab auch mal eine Wiesn-Edition. Und ja, nascht sich auf jeden Fall weg. Und selbst beim Aufmachen muss ich sagen, riecht echt lecker. Und dazu gibt es halt für beide immer schöne Gelenk-Tabs. Bei dem Herrn Neo ist es für die Hüfte. Und bei dem Herrn Lucky, weil er so schnell wächst, für die Knochen. Das war es auch schon. Bis später. So, da sind die beiden Kollegen bei der Lieblingsbeschäftigung fressen. Auch hier der Herr Neo. Ja, das ist lecker hier. Ja, sie waren früher halt sehr pingelig, was das Futter anging. Aber jetzt mit Petz Deli fressen sie jeden Abend leidenschaftlich. So, ich habe jetzt auch gekocht und es gibt lecker gehackte Stippe. Ich glaube, dieses Gericht kann man gar nicht schön präsentieren. Das schmeckt einfach nur geil. So, das war's für heute. Tschüssikowski, schönen Abend. Bis morgen.